hallo und willkommen zur neuen folge minecraft herofy mit mir den hero crafter a.k.a. max a.k.a. melify was machst du da hallo ich werde hier gestalkt ich kümmere uns hier gerade um unser ich kümmere mich um unser essen wir müssen auch überleben können du bist du bist eine baumfellerin hinten auf den rücken gesnackst über deinen rock aller tu mich hier nicht äh mit zwei lachens vergleichen mhm aua oh nein sie kommt hero crafter levelt immer über mich das ist voll voll unfair finde ich was ich finde das unfair dass du einfach über mich level sammelst das stimmt nein spaß leute in der nächsten folge machen wir dann nämlich bei mili machen wir dann den zauber aber in die folge leute machen wir einen boss ich und mili haben nämlich oskyn sind da hinten lang gelaufen und da war so ein boss da war ein großer großer boss den müssen wir besiegen und da brauchen wir magie und milify opfert sich und so also beziehungsweise wir brauchen eigentlich gar keine magie nur ich brauche magie und milify hat ihre geilen rock und es wird nacht schön wenn du mir das jetzt sagst dass ich mich opfern soll jetzt will sie doch nicht mehr lass kurz schlafen gehen ok oh ja ey meine tür ich kann in der tür stehen wie geil ich kann nicht schlafen es ist noch nicht nacht guck mich an ich seh dich hallo dumme mit deinem sex kannst du eigentlich durch die wand schießen ne schade das wird zu wild ich seh sie immer noch sie guckt da sie will mich guck mal wie du mich bespannst schau mal vor ich zieh mich hier um achso so leute jetzt gehen wir auf den weg zum boss ohne milify also mit milify wir opfern sie ja äh ich meine natürlich gewinnen wir hallo ich mach den fertig ok ja du mit deinem mifri schwert und ich mit meinem tyrannium schwert ich weiß nicht wohin äh wir müssen hier lang hier guck mal hier hast du auch den geilen weg da einfach freigemacht achso stimmt lol hast du einfach den weg freigemacht und da siehst du das da siehst du leute wir haben es schon probiert bei black unite und jetzt wir haben es schon ein bisschen probiert und milify ist zweimal gestorben und da haben wir extra das hier war so die haben einfach nur den weg hoch gemacht da ist einfach so eine komische geile Tür oder so eine Eisentür oder was das ist milify die will sie unbedingt haben oder ich will sie haben genau die tue ich dann in mein haus hilfe oh die ist voll cool wer ist denn da ist die da drin ich höre nur irgendwelches haus geh rein geh rein ich? ja warte kurz ich warte mal ich äh ich bin gleich tot ich bin gleich tot nein mein Buch oh Gott leute ich hab nur noch dreieinhalb Leben vier lol der chillt einfach hä ich steh einfach hier drin und der der will dich die ganze Zeit ja ich hab nur zwei Herzen aber warte ich kann ihn von hier unten abschießen warte mal ich hab doch diesen Stand hä ich kann ihn wieder nicht schlagen ich schlag ihn aber ich krieg ja keinen Schaden oh jetzt will er nicht glaube ich ne doch nicht ich hab das Gefühl ich kann ihn nicht schlagen wenn der dich will ich kann ich ich kann mir warte mal noch mal einen trinken ich kann ihn halt retalk nicht schlagen Millie der soll mal vor der Tür bleiben hä hä ich schmeiß das das Buch wird automatisch rausgeschmissen aus dem Inventar lol weißt du wieso hä lol ich mach echt nix das heißt du kannst ihn nur einmal benutzen oder was ach ok ich weiß warum das liegt ich glaub das ist wegen den hier hä Max ich kann ihm keinen Schaden machen was ist das denn für ein Arsch regeneriert er sich oder liegt's am Schwert hä hä das wird wirklich automatisch rausgeschmissen ach so kannst du dem nur Schaden machen mit Magie ich weiß es nicht ja weil ich der macht ich kann mit meinem Schwert oh mein Gott hallo ich will dich schlagen hey yo 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 ich brauch nochmal so nen Kuchen los wow manu ich glaub du kannst ihn wirklich nur mit Magie Schaden machen echt ja Leute eigentlich kann ich ja einfach hier die Leute das ist der krankeste Bossfight ever krank ich glaube nicht oh mein Gott der ist auf dich ne ne der guckt dich die ganze Zeit ich stell mich sogar innen rein ah ok jetzt ich glaub du hast mich einfach nur getroffen der will mich einfach nicht geh Black da nein hä das Buch wird wirklich automatisch aus mit dem Inventar geschmissen warum kacke ich versteh das nicht Leute wenn ihr wisst warum das so ist schreibt's mir gerne in die Kommentare oh unlock it ich bin jetzt Level 8 lol das wird wirklich automatisch aus meinem Inventar geschmissen wie ehrenhaft ok ok ich hab zum Glück noch Mana Kuchen wieso wieso Leute das wird jetzt Alter ist hier irgendwie so ein Vieh dass das so ist will mich halt irgendwie nicht ich steh sogar in dem drinnen nicht wegschieben ich schieße grad zu schön ja ich ja jetzt wird das nicht mehr geschmissen oder was warte mal kurz warten jetzt 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 ne ach komm der krankeste Bossfight ever ich sterbe nicht Mini auch nicht das ist episch ich steh guck mal hallo hallo der will mich nicht warte mach doch mal ich zoom mal ran ich zoom mal ran mach doch mal hi hi guck mal mein neuer besser freund und ich hi hi das ist so geil warum ich steh direkt neben den und versuch dich zu hauen und er will trotzdem dich Max du bist halt einfach liebter aber ich hab ihn fast ich hab ihn fast ne ja er hat noch 90 Leben ich weine gleich Millie ich hab nur noch zwei Mana Kuchen ich hab nur noch zwei Mana Kuchen Millie komm raus ich hoffe das reicht Millie ich hoffe das reicht Millie ich weiß nicht ich weiß was passiert wenn er stirbt gleich greift er dich ja doch mal an Aua nein du hast doch nicht verschwindet meine Musik ich bin gleich Level 9 ne Alter hey lol der hat grad den Zauber abgewährt ne siehst du siehst du automatisch ich weiß nicht warum Leute ihr glaubt mir das safe nicht dass das automatisch ist aber ich mach es echt nicht ja ich hab nen Sound gehört ja das war ich bin jetzt Level 9 ah ok ich hab noch einen Mana Kuchen der müsste noch reichen für ihn aber ich hoffe ey der tut manchmal den Zauber einfach abwehren ne vielleicht ist er einfach schlau das wär ziemlich schlau das wär wirklich schlau er hat ja auch einen er hat gar kein Schild ne hey jo jo alter dieses Buch bleib bleib kümmere dich um das verrückte Schaf da alter es hat dich doof angeguckt es hat mich doof angeguckt ja ich hab's direkt getötet da hinten ist noch eins hier sind voll viele sie müssen alle sterben ich hab kein Mana Kuchen mehr jetzt muss ich warten bis er aufgeladen ist oh wow schnell schnell Millify rennen wo bist du hier hin ich hab hier grad sowas wie ne Ruine gefunden wieder ich versteh echt diese Dinger nicht ich auch nicht die stehen ja einfach nur so durch rum okay Millie Millie ja da hinten ist noch so einer zoom mal ran da ganz hinten ich hab nicht so ne große Rennerdistanz hey wieso du kannst doch trotzdem zoomen ja ja aber der wird ja nicht gezeigt alter wie das Schwert da durchglotzt oh mein Gott er hat etwas gedroppt okay er hat Level gedroppt oh mein Gott wir haben das erste blöbben äh du kriegst kannst das hier haben wenn du den Skill Up oder willst du den nicht ich nehm den gern ich hab ich hab einen Herzcontainer bekommen ein Broken Kukuri Sword mit zwei Angriffsschaden krasser Scheiß guck mal wir haben einen Pendel wir brauchen jetzt also nur noch zwei andere Stimmt damit wir das andere Schwert endlich bekommen aber was ist da hey lol warum ist jetzt hier noch warum ist jetzt hier noch also das war vorher noch nicht da check ich nicht hast du alles mitgenommen Glowstone ja kann man das mitnehmen nö schade aber ich glaub jetzt jetzt kann man den Ganzen abnehmen einfach eine zweite Tür entstanden Leute wir haben das erste Pendel und ja wir sind einem Schritt näher dieses coole Schwert endlich zu bekommen was uns zusteht weil wir den besiegt haben okay es gibt noch schlimmere als den ja trotzdem wir können ja schon mal zum Dungeon gehen Millie es gibt sogar noch das ist das normale Master Sword was wir da bekommen ne aus diesem Ding dann brauchen wir noch ein Ohr das heißt ich glaub das ist das Master Ohr soweit wie ich weiß und dann gibt's nochmal eins das ist das True Master Sword das ist das Beste das macht glaub ich 20 oder 15 Damage das Beste im ganzen Mod Pack glaub ich bis jetzt jedenfalls das was wir haben wo ist der Dungeon nochmal äh war der nicht hier vorne irgendwo hier ist ein Schiff das guckt mich an das guckt mich an die Schiff ich glaube in die Richtung ist richtig ja aber hinter dem Berg glaube ich das guckt mich an heia sorry er hat dich doof angeguckt Millie da vorne ist noch eins guck mich mal an guck mal an Millie ich zoome gerade richtig in dein Gesicht ran du bist ne kranke Mörderin danke danke komm mal wenn es jetzt falls es dich umdrehen sollte es hat dich nicht angeguckt ok dann darf es leben solange es dich nicht anguckt darf es es hat geguckt es hat geguckt es hat gar nicht geguckt und mir die Tür tut es einfach trotzdem hä ist es war das war das nicht hier irgendwo doch es hat dir hinterher gegafft hä ich bin mir doch sicher war das nicht hier irgendwo oh war das nicht hinter dem Berg hier vielleicht ne das ist Pilsbium ha Leute ich bin lost ich weiß es nicht war das nicht hier ich weiß es nicht mehr alles ist jetzt alles sieht so gleich aus Leute wir sehen uns wenn wir einfach beim Dungeon sind bis gleich ach so weil du geskillt hast ja ja alle Leute wir haben ihn gefunden hier ist dieser legendäre hier muss schon mal ein Panel rein guck mal hier rein eins leuchtet gerade schon ich komme ich komme eins leuchtet jetzt gucke hier was macht wenn ich das raus nehme ist es aus hier ist es jetzt an eins ist an ah es fehlen uns also noch glaube ich blau und grün und dann haben wir das jetzt müssen wir nur noch die Dungeon in der Nähe finden ja das stimmt Leute wir werden eine Dungeon-Mann werden wer 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 darf ich wer wer kriegt denn dann das Schwert der der das Master-Ohr findet ok du kriegst dann die anderen Schwerte so wie das Schwert was ich heute bekommen habe ein kaputtes Schwert mit zwei Angriffsschaden hä achso das richtig illegal dieses Kukiri Schwert oder was ja das war ja kein Schwert drin das ist einfach schlechter als mein jetziges was ist denn das hier hä ist das eine Schleuder was braucht das ein Handy ein Handy Shooting ein Handy Shooting ein Handy Shooting das warte mal kann ich jetzt ne hä keine Ahnung ziel auf mich ich weiß nicht wie das geht das geht irgendwie nicht ist kaputt musst du denn nicht vielleicht irgendeine Munition sozusagen vielleicht haben oder was ja ich dachte ich dachte ja keine Ahnung Seeds wenn es eine Schleuder ist vielleicht so eine Art Steinchen ja hatte ich ja gerade schon ah Dekonus 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 ich brauch Seeds was kann überhaupt dieser Skill Orb äh du musst den Rechtsklick aufm Boden machen oh Learned Dash Level 1 ein Creeper oh ich hab bum hä guck mal der explodiert gar nicht wenn ich neben ihm stehe sorry Aua ich bin kein Creeper achso oh nein da ist ein Gatling Skelett schnell rennen was kann das das kann Gatling schießen das hat mein Schwert mein Schwert oh mein Gott ich bin tot ich bin fast tot wo wirst du das hat einfach mein Schwert ich muss kurz ist das der Zombie oder was oh mein Gott ich hab zwei Herzen wegen dem Scheiß das hat mir einfach mein Schwert geklaut ich hab sie irgendwie vergessen dass das das kann da oben ist ein Gat noch ne ein Sniper ein normales glaube ich ein Sniper oh ich hab unser Dorf gefunden da ist es mir kann man das schon Dorf nennen ja eher einöde pfff hohohohoho ja irgendwann Leute dann kommt das Upgrade und dann sieht das alles richtig krass aus ja genau wie das hier gerade oh wie niedlich dein Hund der Pink lol ich rette dich hier ist so viel Blut oh hm hä bist du mir zwischen die Dings gewandt nein die Spinne hat mich getötet lass kurz schlafen lass kurz schlafen ich will gerade meine Alters holen nein nein das schlaffst du du schlaffst schnell nein ich hab Angst nicht dass ich meine Rüstung oder so schlaue schlaue stehst du nein ich renne ich renne ich renne ok ich schlafe keine Sorge puh ok Leute wir haben jetzt heute richtig krankes Zeug gefunden ein Deku Schild was ist ein Deku Schild ich hab ein Schild in Minecraft du bringst du bringst auch Erfahrungsfläschchen falls wir nicht mehr brauchen oh das sieht voll sexy aus das hat so ein Muster vorne drauf versuch mich versuch mich mal zu hauen warte mit Schwert oder ohne mit Schwert hä nochmal ach ich bekomm keinen Schaden lol echt von wo kam jetzt gerade ach da das war sie ah ok ich seh dich oh guck mal das arme Hühnchen alter anstatt anstatt mir Milli mal hilft nein hast du das fast ertrinkende Hühnchen gesehen schau das ist so ein Stern veranlagt wie das da hängt das ist aus seinem Leid ja ja genau so kann man es betiteln wenn man will ich hab noch ein halbes Herpes bekommen ja Leute ich wollte ein tolles Ding jetzt haben wir sind mit unserem Schwert schon mal einen Schritt näher gekommen Leute in dem Sinne ich hoffe euch hat die Folge gefallen lasst ein Like da abonniert wenn ihr es nicht getan habt aktiviert die Glocke dass ihr keinemre das Video verpasst in dem Sinne schaut bei mir vorbei in der nächsten Folge wird gezaubert bei ihr wird ein Zauber gemacht und ja ihr lasst ein Like da weil sie gestorben ist und für das ich fast Level 10 bin in dem Sinne haut dir hin bis dann und jump Leute